Hey, mein Name ist Max, ich studiere Führung und Fernsehen an der Makro in Köln und ich überlege mein Ausgangssemester an der Köln-Universität in Pöln, Australien. Also ich bin super zufrieden mit meiner Ausgang an der Partner-Universität. Köln-Universität ist eine riesengroße Uni, 50.000 Studierende. Die Uni hat wirklich alles, was das Herz verliert. Wir haben ein eigenes Team, wir haben diese Sportanlagen, die Fakultät ist einfach easy. Das beste Köln-Bund ist einfach echt nichts zu betreffen. Also diese Bücherlade, hier kann man alle Bücher für die kurzen Actions kaufen. Die Bekauung von Schreibmaterialien, Kopieprogramm und alles Mögliche. Was ich so für Erfahrungen bereits gesammelt habe. Also die Leute sind hier echt super nett auf der Uni. Also ich wohne auch mit Studenten vor allem. Ich habe echt coole Kollegen. Also Crewmates, die kommen alles aus der Welt. Perf ist eine sehr schöne Stadt. Also ich habe vieles schon erlebt. Ich war am Strand, ich war im Zoo und ich war feiern. Vom Nachdenleben her ist es auch ganz cool. Also wird auf jeden Fall echt eine geile Zeit hier. Also hier sind an einem der TV Studios. Einer der großen. Hier ist alles was man braucht. Also Equipment ist echt geil mit der Ausstattung. Wir haben zwei riesige Screens. Wir haben hier verklafen. Wir haben hier verklafen. Wir haben hier verklafen. Das sind die Unterschiede von der Költin bis hier und der Makro. Also Költin ist auf jeden Fall viel viel größer. Hat viel viel mehr Kurs anzubieten. Das beste Anbieter ist einfach, wir haben eine Bar. Und wir haben hier zur Richtung. Einfach willkommen. Wir genießen. Wir spielen. Wir unterhalten. Wir helfen zu gehen und wir haben einen Earios잔brot. Besuch, junction. Wir posten euch gerade mein Beutt bom. Wir hören und habenissa局 auch Schritt percent Paradeur. Wir hören können Vampire winds mit Unfold. Ich weiß nicht am besten und chip arri bohlen! 一 besochern! Ich versuche die Gewicht zuви! Ich esse Militär auf factsitale Communicationse. Vielen Dank.